Ich hab den nicht abgeschossen. Ich wusste genau, dass das ein Zivilist war. Der andere war hinter den Kisten. Torki, einbringen Team. Wir sind im Haus und rücken weiter vor. Roger, vorsichtig vorrücken. Hände hoch! Runter auf die Knie! Hände hoch! Pronto! Sie haben keine... Auf den Boden! Da sind sie! Polizei! Warten fallen lassen! Torki, einbringen Team. Verdächtige Person getötet. Polizei! Hände hoch! Polizei! Runter auf die Knie! Gegenüber auch. Und da sind sie zu spät. Unter der Knie! Die Türen sind und schreien sie allein. Isaiah 8-3-3-3-3-4-2-4-5-1. Sie müssen das jetzt ganz schreiten. Team ist bisher bei der Knie noch so geschossen. Den können Säden haben sie schon versucht. Rechts auch! Direkt die nächste Tür! Achtung! Man, man, hier muss ja ein Freak wohnen! Tag, hier Andring Team! Nicht identifiziertes weibliches Opfer gefunden! Braucht medizinische Versorgung! Tag, hier Andring Team! Die Weih-Person ist getroffen und muss versorgt werden! Oh, hier geht's den Thriller-Verlies! Verstanden! Informiere Rettungssanitäter! Hat jemand ne Blend-Nade? Ok, Achtung! Waffen runter und auf den Boden! Polizei! Waffen vor dem Boden! Fetter Spaß ist hier, ey! Den Haugen war zu Brei, ey! Dann hätte er hier ne Frau gefangen! Wir haben erlebende Klang geschafft! Sie wird durchgeschaft! Sie mahnen nichts dafür! Sie sehen, bei der